Ja, Peter wird jetzt sofort das Bett suchen. So, wie sieht's aus? Wollen wir jetzt ansprechen? Ja, sprich den an. Waffenheiltränke habe ich mir, wohl nicht. Ich kann mich nicht hinterher auf dem Bett jetzt nicht abbauen sollen. Ja, die Nacht ist vorbei, es geht nicht mehr. Toll, Peter, nur wegen dir. Ja, das ist jetzt natürlich doof. Wieso habe ich mir überhaupt hier den Spawnpoint gesetzt? Kann mir das mal jemand sagen? Damit du nicht laufen musst, wenn du stirbst? Ja, aber ich sterbe doch nicht. Ja, okay. Ey, lass mal hier runtergraben. Ja, auf jeden Fall. Ja, da ist nix mehr, das ist einfach langweilig jetzt hier. Scheiße. Rechts ist nix mehr, da waren Meteoriten. Da warst du dabei? Ja, aber... Können wir ihn jetzt machen? Ja, keine Ahnung, schreibt da noch was Schönes. Das ist jetzt echt nix mehr doof. Ach, Peter, ey. Ganz toll, Peter. War vorhin noch Nacht, als ich mich zurück teleportiert habe. Ja. Ja, natürlich. Haben sich denn alle an das Bett gebunden? Glaub schon. Ja. Sollen wir das mal testen? Nein! Nicht mal, Peter. Ich meine, im Grunde genommen, ähm... kommst du ja eh wieder hier aus. Ich bin gerade an einer scheiß Stelle. Wussten... Man kann halt ganz einfach testen, indem ich eben mal kurz pinkeln gehe. Hmhm. Zu dünn. Wisst ihr nochmal, wofür man nochmal den Ozean durchsuchen musste? Ich weiß noch, dass ich mal sehr viel durch den Ozean geflogen bin, aber... geschwommen bin, aber ich weiß nicht mehr wieso. Nicht für Haiflossen sind sowas. Ja, stimmt. Das kann sein. Wieso ist mir denn jetzt hier grad... Haiflossen, dann musst du... Ich glaube, Haiflossen brauchte man für einen Bohrer oder für einen der Schwerter. Ja, oder Jetpack oder irgendwie so eine... Nee, Jetpack fien es ja noch. Kann man doch nachgucken. Shark. Shark Finn. Shark Finn brauchst du für Hunter Potion. Mega Shark. Ach, für Mega Shark, die Waffe. Aber war das... Den konntest du doch auch kaufen, oder? Ja, aber macht auch nur... Aber macht auch nur 23, der macht. Wo Bram auch so laufen musste, er hat an das gleiche gedacht wie ich. Dennis, ich hab letztens, als ich bei den 3D-Filmen durchgeguckt hab, Sharknado gesehen. Sharknado? Das hat mich so in den Fingern gehockt, den zu kaufen. Den müssen wir uns auf jeden Fall reinziehen. Hint sich fast so gut an wie Mega Shark. Sicher, nur noch besser. Nur noch besser. Das hat mir nur so ein blödes Ding. Adi. Oh, oh, oh! Puh! Alter, Vater! Alter, ein Feld vor dem Opi hat das Stimmen. Ein Feld vor dem, Alter. Das wäre echt gewesen. Was wäre denn dann passiert eigentlich? Dann wäre der tot. Vielleicht wäre der draufgegangen. Dann wären alle bösen Viecher gekommen. Oder die Welt wäre für den Arsch und du kannst nichts mehr hier machen. Wir würden ja alle stehen mit der gleichen Rüstung. Und jetzt auf die Nacht fahren. Ja, weil Peter nur bist. Wir rüsten uns alle aus, dann schnitzen wir deine Bibliothek rum und alles gut. Jay is back. Bomben-Spaaass! Vielleicht ist ja... Oh mein Gott, Hadi, du bist so ein Mono. Gut, damit ist das Bett wieder weg. Sehr gut. So, warte. Vielleicht ist ja über uns eine fliegende Insel. Ne, aber weiter rechts ist eine fliegende Insel. Wir gehen mal den Himmel in. Aua! Boah, Hadi, das hab ich dann tufig. So geht das, aber das klappt. Boah, Alter, das klappt. Aua. Loil, das war aber... Boah, Alter, Christian! 10 AP. Null Probleme, oh hallo. Boah, Hadi, du bist so ein Scheiß-Mongo, weißt du das? Bomben-Spaaass! Was ist das denn spaßig? Ey, da kommt so viele Fische. Aua! Ey, da macht doch nur ein Damage. Boah, Hadi, ich kann echt gar nichts. Wo kommt denn hier so ein Goblin-Scout? Nein! Moment, was passiert, wenn so ein Goblin-Scout kommt? Ja, ich despeerfälle auch nicht gegengelaufen. Ja, da kam dann nicht irgendwann eine Goblin-Armee. Boah, aber echt knapp. Boah, Alter, wie viele Bomben da runterkommen. Boah, ich sag, ich darf nicht immer draufgehen. Nein! Boah, die wird war knapp. Ah, Scheiße. Boah, oh. Die wird war knapp, Bram. Ihr macht da kein Damage. Ja, aber deine Steine kaputt. Aber wir machen jetzt, warum die auch so gut sind. Aber scheiße, wir haben noch alle eine Cloud in eine Bottle. Sollen wir mal alle gleichzeitig runterspringen und spielen, wer sich zuletzt rot hat? Ich habe keine Cloud in eine Bottle. Ich habe auch keine. Nee, Jay, kommst du dann wieder runter? Jay verliert. Jay, wie kommst du denn dann gerade wieder runter? Oh mein Gott! Der Fisch hat mich auch gehalten. Mich auch, der Fisch hat mir meinen Arsch gerettet. Ich sag das euch. Boah, wer war denn da so witzig? Wer war da draufgegangen, ey? Ja, Bram, so sprungabfedernde Sachen sind schon was Geiles, wa? Oh ja. Hat Bram auch so ein Regenschirm, oder was? Alter, habt ihr die ganze Bude und die Truhe kaputt gemacht? Aber ich kann mich ja einfach an der Wand festhalten. Wieso ist denn das kaputt? Ist die Truhe auch kaputt? Wenn alle runtergefallen sind, du Bobbi, das Bett ist kaputt. Ja, das ist natürlich nice. Oh, Leute! Das ist ja natürlich nice. Also ihr sterbt jetzt, habe ich gehört. Mädels. Sie sind das Bett kaputt gegangen. Ja, weil ihr Bomben da runtergeworfen habt, ihr Bobbys. Weißt du mit den Sachen, die in der Truhe... Da steht doch die Truhe noch. Was laberst du denn? Ja, aber das Bett ist kaputt. Arsch. Was laberst du denn? Ja, aber das geht ja nicht komplett kaputt. Das muss ja irgendeiner aufgesammelt haben. Ja, ich. Ja. Dann setzt du da hin. Ja, das tue ich doch gerade. Ich muss aber erst mal das Ding hier fertig bauen. So, fertig. So, weiterklettern. Ja, wir können ja jetzt nicht weiterklettern. Ist ja nacht, oder? Hallo? Ist ja nacht. Ich weiß nicht. Ich guck mal, was der alte Mann zu sagen hat. I cannot let you enter until you free me of my curse. Ja, dann ist es noch nicht nacht. Es regnet halt noch. Ja, was wird dunkel? Ja, müssen wir aber noch ein bisschen warten jetzt. Ja, dann müssen wir halt noch ein Stück nach oben. Sag mal, ist das eine kluge Idee, wenn wir hier gleich kämpfen sollen? Habt ihr jetzt alle euren Spawnpoint gesetzt? Nein. Das war aber nicht so toll. Solltet ihr das mal machen. Toll, Hardy. Das tut mir kaputt gemacht. Das war echt ne kluge Idee, da eine Watte zu setzen, wenn wir jetzt sofort gegen Skeletten auf der Fläche kämpfen wollen. Obwohl ich nicht weiß, warum Johnny hier gespawnt ist, nachdem er sich wieder eingeloggt hat. Weil da das Bett noch nicht zerstört war. Achso. Das lockst du. Das glaube ich. Jay legt sich gerade seine komplette Rüstung ab. Aufhalten. 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 Weißt du mal, wie oft kann man das Ding denn spawnen? Der ist doch egal. Wenn Jay die sich ablegen sollte und geht von der Truhe weg, dann schnappe ich mir die aus der Truhe raus. Und dann glaubt man, dass ich damit in die Bibliothek jumpte. Hat der schon. Alter, nicht im Ernst. So, jetzt habe ich einen Sternenkraftbank. Der geht jetzt echt weiter nicht. Kann nicht wahr. Ah, schade, dass Hadi drauf geachtet hat. Naja. Das war, wenn du so dumm nachgefragt hast. Habt ihr euch alle in euer Bett gelegt. Da war mir schon klar, du hast irgendeine Scheiße vor. Du hättest hier gar nicht spawnen können, Jay. Wir hatten das Bett vorher abgebohrt. Ich habe aber den Spawnpunkt mir auch wieder gesetzt. Ja, aber... Hä? Wie? Als du offline warst oder was? Als du ausgelockt bist. Das hat doch gerade gemacht. Nein, Bobby. Als du vorhin pinkeln warst. In der Zeit, wo du weg warst. Aber das Bett abgebohrt. So, Jay ist doch am blickst. Dann können wir mal kurz fragen und gucken. Mit dem Auszug. Warte mal. Ups. Nein, kletter doch da drüber, bevor Jay jetzt da reinrennt. Ja, der rennt da nicht rein. Der wohnt doch jetzt ein Viehkirch. Mein Meister kann nicht bei Tageslicht herrn gerufen werden. Der rennt da jetzt echt rein. Alter. Ja, wegrennen sind da auch nichts. Das ist zu winzig. Ich habe gehört, da hinten soll es voll coole Sachen geben. Jay, renn mal ein. Echt? Oh, Spaß. Ja, wenn du da reinrenntst, passt ich in die Brombe hin. Genau hierhin. Die lasse ich auf jeden Fall davor auffallen. Dein Zeug liegt dann auch hier rum. Das ist nicht dafür, mich zu protecten, sondern dass meine gesamten Sachen in dem kleinen Das ist voll genial, Alter. Nur noch reinsammeln muss. Oh mein Gott, dir ist da echt reingejumped. Ich kann dir nichts bauen. Ich warte jetzt hier auf meinen Tod. Warte mal, warum ist doch noch nichts passiert. Noch ist nichts passiert. Ach, die töten gar nicht mehr alle. Ach, das ist ja mega langweilig. Ach, ist das öde. Ich glaube, Jay hat sich von einem anderen killen lassen. Ich glaube auch. Weil es ja nicht funktioniert hat. Ach, ist das öde. Bla, bla, bla. Peter, was machst du da? Ich habe gerade 11.000... Komm hier ein, was soll das? Wieso brauchst du das nicht ab? Geh weg. Ist echt so, dass das nicht funktioniert. Ach, das ist ja mega langweilig. Was soll das? Geh mir doch nie am Sack hier. Schade. Ist hier endlich Nacht? Also du hast die Dinger gerade gespawnt, oder was? Es wird gerade Nacht, glaube ich. Jay? Ja, ich habe die Dinger gerade gespawnt. Hat leider wirklich nichts gebracht. Die töten dich nur noch innerhalb. Ja, schade eigentlich. Das war eigentlich ein mega geiler Troll. Ja, das war echt ein mega geiler Troll. Welcher witzige hat eigentlich noch das Feuer schwer? Ja, das war wahrscheinlich Hardy. Ich habe das nicht. Ich habe auch keins. Ja, ich kann auch mit dem Kupferschwert gegen den Skeletten kämpfen. Das ist mir auch egal. Also wäre halt nur von Vorteil, wenn ich das hätte. Mein Meister kann nicht bei Tageslicht gerufen werden. Wie lange ist denn bitte Nacht? Hallo? Hallo, Jonathan. Hui! Wir möchten das jetzt alle noch nicht rausrücken. Ja, weil wir auch alle dein Schwerter haben. Guck mal, oh, da kommt es gefallen. Irgendwann. Irgendeinem. Peter hat's. Peter hat's. Nein, Peter hat's. Peter hat's. War Opa, ey. Komm in der Nacht wieder, wenn du hinein willst. Peter hat's diesmal. Nein, Meister hat's. Hab ich überhaupt nicht. Joach, du. Come back at night. Ich hab dir das Schwerter mal gegeben. Weißt du, man kann ihm auch zu sehr auf die Eier gehen? Ich quatsch dir jetzt auch für die ganze Zeit an. Come back at night. Boah. Ohne Scheiße, der wird gleich zu dem Typen her und dann tötet der erst mal. Ha, zerwert's jetzt. Der Patz. What? Wer hat's. Aua. Die Schweizerhombs. Huiii. Come back at night. I cannot let you. I cannot let you. I cannot let you. Das ist doch hier kein Tageslicht. Will der einen hier komplett veraschen? Oh Gott. Will der einen? Ohohoho. Da war ein starker Schaden. Danke. So ein bisschen hartnäckig, ne? Sag mal, wieso baut da jemand jetzt noch so ein Dach? Kann mir das mal jemand erklären? Guck mal, wie das funktioniert. Come back at night. If you wish to enter. Oh. Man, das wär so witzig gewesen, ey. Das war so lustig. Was macht ihr denn da oben für'n Quatsch? Ich weiß auch nicht viel so hard hier so eine Plattform. Ich hab eine Plattform gebaut zum Betteln. Achso. Loll, kurz. Bettel mal deine Mutter. Wie kommen wir hier? Ich hab gerade nicht so viel Leben. Oh mein Gott. Gut, dass ich 100 Schaden bekommen. Jetzt kommt hier hoch. Kommt auf die Plattform hier. Ne, geht aber nicht. Du hättest erst mal das bauen müssen, dass wir da hinkommen. Ich werd mit einfach deinen verkackten... Aua. Echt mal. Ohne Spaß. Ohloleu. Das ist nicht gut. Ey, Seb, du machst am meisten Schaden. Warum bist du hier ganz hin? Weil ich gerade 100 Schaden gekriegt. Ich bin hier richtig... Oh mein Gott. Ich hab ja neuliches... Sollen wir nicht da oben... Oh. Oh. Warum sollen wir denn da oben kämpfen? Weil da so ne geile Plattform ist. Weil da so ne geile Plattform ist. Na, lieber hier ist das einfach. Einfacher ist einfach. Komm, scheiß doch, ey. Aber doof, ey. Boah. Was machst du denn da? Was machst du denn da? Wenn du dich drüber rennst, kann ich direkt wieder mitkämpfen. Wollte grad sagen. Ja, lass mich ruhig alleine verrecken. Ja, was sollen wir machen? Christian, du rennst ja von uns weg. Ich? Ich kämpfe. Ja komm, wir gehen da oben hin. Wir gehen alle da oben hin. Ich bin mit. Boah. Was denn? Was ist doch lebensart. Das ist der Tod, jetzt kann man da oben hin. So, jetzt kommen wir in die Mongos. Die Hand ist gleich down. Die Hand ist gleich down. Da ist sie. Das war die Hand. Mongos. Soll er sich jetzt entschubbeln? Oh, 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 oh. Davon möchte ich jetzt aber nicht getroffen werden. Ich schieße die ganze Zeit auf den. Das ist doch ganz easy. Naja. Das habe ich ja noch. Okay. 400 noch. Alles klar. Boah, kann der? Der Feuerwerk ist ja so geil. Der einfach nur. Oh. Er kommt. Em, 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 em. Jetzt kriegt er Damage gerade. Jetzt kriegt er, oh, gut, Damage. Er nicht weg. Boah, ich aber auch, ey. Tim Taylor. Und was los denn jetzt? Wieso wird er nicht mal geschossen? Er hat zwei Damage mit pro Schuss. 2? Noch so viel. Wie, da steht aber nur einer. Ja, richtig. Bei mir auch. Da steht nur 3. Boah. Jetzt gerade, jetzt holt er sich aber ab, ey. Jetzt hat er sich aber gerade abgeholt. Leute. Oh! Noch 28 live. Warum geht der nicht so aus denn? Töne auf! Einer auf, Sepp! Los! Töne nöse!